Mit drei zweiten Plätzen erreicht man 60 Punkte, Stand Nummer 203, Mario Woldy-Woldry! Die Wespe ist gleich angestiegen, gell? Sehr verbläckig! Musik! Das ist ja schon, gell? Woldy, das hast du super gemacht! Zweiter Platz! Du musst das nicht heute nur von einem geschlagen geben, der hat es aber doch voll überherbrennt, das zeige ich! 75 Punkte, drei Laufsäge, Startnummer 243, Christian Rauh! Jummi! Applaus 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 Applaus